Vampire sind klassische Monster und das nicht nur wegen ihrer Eigenschaften, sondern auch wegen ihren psychologischen und unterbewussten Repräsentationen beängstigend zu wirken. In Mythen verbinden Vampire Tierinstinkte, außergewöhnliche Brutalität, Grausamkeit mit übernatürlicher Sexualität, Intellektualismus und Klasse. Das sind 5 Vampire, die auf Kamera festgehalten wurden. Los geht's! Nummer 5 Vampirläufe im Spiegel Dieses Videomaterial fängt Beweise für ein Vampir ein, der in Savannah, Georgia, in einem Schuhgeschäft voller Menschen einkaufen geht. Eine Frau telefoniert, ein Mann probiert Schuhe an, ein anderer Mann durch Suchregale und ein blasser Mann mit einer Sonnenbrille spricht mit den Angestellten an der Kasse, bevor er geht. Nichts Ungewöhnliches, außer der Tatsache, dass er keine Reflexion hat, als er im großen Ladenspiegel vorbeigeht. Nummer 4 Vampir im Wald Am 26. November 2006 sprachen zwei Männer miteinander, während sie nachts durch den Wald wandern und ihre Reise mit einer Nachtsichtkamera aufzeichnen. Sie laufen ca. 45 Minuten hin und her, bevor sie aus irgendeinem Grund anhalten. Die Kamera fokussiert und zoomt auf etwas in der Dunkelheit. Ein kahler, dünner, nackter Mann mit spitzen Ohren, der am Ende des Pfades hockt und wie Nosferatu aussieht. Die Kamera zoomt weiter näher an die Figur heran und die Taschenlampe fällt langsam auf die Figur. Einer der Männer knackt ein Ast und animiert den Vampir. Es dreht sich um, um sie mit glühenden Augen anzuschauen. Nummer 3 Der russische Vampir In diesem Video beginnt ein großer, bunt gekleideter Mann mit einem Angestellten im Laden über die Twilight-Bücher zu streiten. Der Mann versucht zu verschwinden, wird aber von einem Angestellten angehalten. Der große Mann liefert dem Angestellten einen verheerenden Bodyslam durch einen Tisch. Ein weiterer Angestellter wird ein paar Meter weggeboxt und wir sehen in der Spiegelung des Spiegels, dass ein dritter Mann versucht, ihn hier zu schlagen. Er beginnt den Mann mit einer Hand vom Boden zu heben. Das Interessante ist, dass der große, farbenfroh gekleidete Mann keine Reflexion hat. Nummer 2 Vampire fressen Mann Die Beschreibung am Anfang des Videos sagt uns, dass es sich um ein gefundenes Filmmaterial handelt. Wir können uns jetzt vorstellen, was mit dem Mann passiert ist, der es aufgenommen hat. In diesem langen Video nimmt ein Mann, der seiner Meinung nach eine Gruppe von Vampiren vor einer Bar in Texas auf. Über 12 Minuten beobachtet er sie und ihre Aktivitäten. Ein Mann beginnt, seine Freundin außerhalb der Bar zu schlagen und die Gruppe angeblicher Vampire entführen ihn. Der Kameran, der das Material aufnimmt, folgt ihm auf einer Wiese, wo er sieht, wie sie den gewalttätigen Freund schlagen. Sie fangen an, ihn zu beißen und sein Blut zu trinken, während er schreit. Der Kameran selbst wird hinterrücks von einem Vampir attackiert. Nummer 1 Die Transformation Dieses Video ist der Sequel vom Vorherigen. In diesem Video liegt der Kameran des Vorherigen auf dem Boden und stirbt am Angriff. Ein Teil seines Halses wurde herausgebissen und er blutet schnell aus. Er spricht mit der Kamera und nimmt seinen letzten Gedanken auf. Dann fällt er vermutlich todhinkend um, während die Kamera die Aufnahme fortsetzt. Nach ein paar Minuten scheint er wieder zur Bewusstsein zu kommen, aber er sieht anders aus. Er steht auf und verhunzt sich. Er ist vielleicht ein Zombie oder ein Ghoul oder ein Vampir geworden. Der Mann im Video wurde nie wieder gesehen und sein Handy wurde später zusammen mit dem Filmmaterial gefunden. Liked hat und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und folgt mir für alle Fälle auf Twitter. Da werdet ihr immer neue Nachrichten bekommen, wann ich neue Videos poste. Link ist unten in der Beschreibung. Also dann, ciao und wiedersehen. Euer E.V. aus dem Zweifelsbay. Ich bin David von Bros.TV. Haut rein!